augmenter es war bekämpfen sich gehen auch untereinander stimmt stimmt das war so eine mechanik was haben wir denn hier du hast auch mal was kräftet oh, alter, alter, really Penelope war die aufs ff 12 wie gesagt, ich habe 12 nicht fertig gespielt ich weiß gar nicht wie weit ich gekommen bin ich meine gutes stück aber funny enough ich habe gerade keinen drescher in der gruppe that means i need manipulator on her wenn ich mich richtig erinnere keep the magic 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 ganz charakterien im triefenster einfach mit aeb wechseln meinst du was ich mache ich bin hier und dann drücke ich das ding ist selbst wenn ich hier stehe und ich drücke jetzt L steht hier unten ein anderes gruppenmitglied jetzt drücke ich RB und ich kriege das hier und dann gehe ich rüber haben wir es eben anders gemacht? es ist halt weird dass du nicht direkt durchswitcht oh ja ich weiß oh ich bin raus ok ja happened oh i actually got preventive shit gott das wird be pain vor dass wir haben alles let's go ja ich habe das tolle problem dass die balken von denen jetzt alle runter krachen werden wie beschadet weil ich niemanden habe der das oben hält ja ich muss gleich die ds ändern ja da ich kein brecher hat fällt der balken einfach insel wieder runter ich weiß nicht ob man die polar von den balken oben halten kann oder ob das brecher exclusive war dass wir so bleiben ist brecher exclusive recht was haben wir denn doppelt verheirat ist okay augmenter manipulator ist ein bisschen wir machen augmenter heiler es macht mehr sinn und dann machen wir hier verheer manipulator und verheerer verheerer macht hat nie sinn oh nein hier kommen wir nicht weiter was soll ich nur tun oft lockt na the regress before ich bin mir nicht sicher ob manipulator das ding oben hält es wäre interessant zu wissen ob ich irgendwas hat was das was das Ding oben hält let's see I mean the damage is there naja da sind wir ok muss doppelt frei ausspielen hier das ist halt nervig dass ich gerade keinen brecher hat hier war gut mit mit dem manipulator die was richtig erfasst so hoch gepusht mehr I mean look at this shit let's close naah schade ich dachte das reicht ich habe ganz vergessen wie ich kann mich noch dunkel daran erinnern dass manipulator absurd mächtig war in diesem spiel bei lol Schockzustand jetzt die huetags hohe hier die können sich mal alle schön gegenseitig verkloppen wir buffen uns erst mal bis uns unendlich was du checken? gar nichts ok ich nehme mal die drohnen auseinander so dann 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 die 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 Come on. Okay. Oh, whoa, what's this? Maybe a bit extreme. Hmm, what do we want to attack here? Oh, here. I guess das mal gar nicht. Okay. Jetzt will ich die Links angreifen. Goddammit. Ich will es umgekehrt machen sollen. Right, whatever. Du bist nicht debuffed, das geht nicht. Take your debuffs, please. Ah, look at this, Manipulator Hilti, die was oben. Ich wusste, es war irgendwas mit Manipulator. Fucking knew it. Ich glaube, bei Manipulator haben, glaube ich, Ruin. Und Ruin ist eine Brecherfähigkeit. Deshalb bleibt es oben. Irgendwie sowas. Oh no, emo boy. Wir haben es geschafft. Wo ist Grumpy? Wir haben die Schmerzen. Wir haben die Schmerzen, nicht? Ich werde mich allein. Das ist sinnvoll. Ich kann mich nicht aufhalten. Ich kann mich nicht nach Hause. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Wir werden dich nach Hause. Ich habe keine Schmerzen. Jetzt ist die Mutter. Was ist dein Vater? Ich will literally every fucking idiot has seen this fucking Firework. Wir wissen inzwischen, dass das Firework an Tag 11 war Spiel. du würden brother sind? Ist doch okay. Du kannst ihn dich nicht so spätigen. Du musst dich feelern. Du kannst ihn nicht so spätigen. Du glaubst immer das Artikel? W rescate auf Fireworks? Verrückt? Das ist vor kleinen Jungen. Wie bist du anMOhe zufüllen? Kannst du dich an dir? du wirst? Wir können mit uns kommen. Warum? Es ist besser so. Wir brauchen ihn nicht. Die Nacht, sie haben den Fowl-Sea gefunden in der Vestige. Der nächste Tag, die Soldaten haben die Stadt geöffnet, und wir können nicht zurück nach Palem-Polem zurückkommen. Sie haben uns auf die Straße mit allen anderen. Meine Mutter, sie war frantisch. Sie wollte uns nach Hause, so sie versucht, zu kämpfen. Sie wurde getrennt. By Snow. Er hat sie benutzt. Dude. Sie wurde nicht getrennt. Von Snow. Form ihr fucking tits. Warum sollte ich mich interessieren? Er hat nicht. Was? Dude, everybody is running away from their problems. Everybody. Was? Das Feuerwerk war an Tag 11? Echt? Bist du dir sicher? Ich weiß ja nicht. Oh boy. Let's see. How is your Augmentor? Your Augmentor is maxed. Du verheirat. Sucks. Du verheirat. Du verheirat. Sucks. Sucks. Tp. Tp. Angriffskraft. Tp. Ist nicht so strong. Hasselina kriegt als nächstes… Oh... Magic? Yeah. We're taking magic. ok paradigmen verheerer 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 verheeres blödsinn manipulator augmenter manipulator hier war manipulator und ein geld jetzt feinlich ist ja okay okay wo bin ich ein hier der weg rechts führt mich da zurück also muss ich bezüglich aber nur gerade aus der zerstörung ist einfach bester Ich meine du hast voll debufft, so wir sind hier Oh, ich habe nicht gedacht, okay Gut Trisaster macht nö, die dann doch Sinn Oh ja, nice Okay, item, nicht vergessen Wow, neuer Boomerang for hope Weniger physical damage, ja, das ist wahrscheinlich ganz gut, weil der kriegt nämlich ziemlich auf den Sack Da lang Oh boy, it's this part, ja Hm, hm, hm Das wäre natürlich gut, wenn er zuerst Magic abwaffen würde, ne, anstatt zuerst Protest zu machen, aber hey Hope in a nutshell I know it did fall down, why? Why? I'm confused Nicht wegen Augmentor? Let's see Let's see Die Hope steht da und tut nichts Ja, die tun beide nichts, weil die nichts tun können I don't understand this, das macht keinen Sinn Ach, und jetzt gibt dein Balken wieder nicht runter, hm Das ist so weird Woran genau liegt das? Woran genau liegt das? Hey, I just fight it Stop being a bitch Ja, ich frage mich halt gerade auch Ich weiß nicht, ob es bei Hera ist, aber ich glaube, es liegt immer am Augmentor Wenn ich jetzt auf der Kombo hier bleibe, müsste ja, ähm Müssten wir irgendwann einfach an den Punkt kommen, wo die Beine nichts mehr tun, weil die Beine sich die Beine nichts mehr machen können Oh, das lohnt nicht, mal dem jetzt irgendwie das Gesicht einzudrücken I mean, that works Und das ist High Und das ist mit Manipulate She doesn't do shit now Und der Balken fällt Okay Okay Wenn ich jetzt allerdings einen Augmentor reinpacke Habe ich nichts, was angreift Fuck Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah I'm not sure what exactly Does Auslust Aaaaaah Aaaaah aber es scheint augmente zu sein mit mienz eftor ist link everything das ist standard das ist okay damit können wir am anfang leben ich will dann quasi hier das so rum haben was erst recht ruiert ist aber hey mit sie if this works du kakoum they only damage the outer rim then the sanctums fowl see pushed back what you uh sleep through history so what's the ship was doing once the war was over people couldn't live near the remaining places like the hanging edge so the falc they gathered up scrap from pulse and used it for rebuilding here this is what was left a bunch of garbage who to dunk a pulse file c and who knows what mixed in with all the trash das gefällt der dame aus aus puls gar nicht verstehe ich gar nicht weil das so was ich kann mich nicht mehr ich glaube es war so ich brauche dich mal eben zum testen jetzt zwei hat mich das 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 also das ist das ich habe eine andere vermutung inzwischen ja ich glaube es ist einfach da ich keine klasse doppelt habe ich glaube sobald ich eine klasse doppelt habe ist like ja aber dann wird aber gerade ist ja auch gefallen der samping in hier ein notziehen ich meine ich versuche ja auch gerade echt ein weirdes szenario herauszufinden weil ich für später löst du nie wieder in das problem dass du keinen brecher in der gruppe hast so yeah whatever just not worry about it and just fucking mute this fucker still weird bei den menschen und das ist gut maybe also gesagt ich habe im kopf das manipulator das ist was das oben hält jetzt ja sie zwar kein manipulator einfach nur wenn die die action die waffen ja genau ich kann die die waffen amini anymore so now i just have to finish him ja da ist schon die waff das werden die waffs nicht neu gecastet und deswegen fällt sein balken so schnell interessant müsste jetzt wacht bis der debuff auslaufen wird schnell not haben sie schießt schießt vielleicht mit wachtigkeiten dabei danke er wird erfolgsbrotter maybe jetzt wurde das verlängert positive zustände oder weil er ich da hoch das ist ein speicherpunkt so why not ja es kann auch irgendeine random ass ability sein da ist auch was dran da ja ja brecher profitieren am meisten davon wenn wenn gegner stackers land da erinnere ich mich auch noch dran